Applaus Glück Land Freiheit Essen Wie So viel Wasser Ich weiß wie Los Jetzt 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 Schwer Wir sind angekommen Da steht ein Baum Der Schatten schwendet Irgendwie ist das hier alles ganz anders als ich gedacht habe Hallo 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 Mein Vater, meine Schwester, dein Bruder, meine Liebe, unser Heinz, mein Gott, mein Leben. Unser Leben. Da haben wir ein Teppich, ein verdammter Teppich aus Leichen. Jetzt gehen sie uns auf. Dann gehen sie wieder auf. Nein, doch, irgendwann, da werden so viele am Meeresgrund liegen, dass eine Insel entsteht. Eine Insel aus Leichen. Im Mittelmeer? Ja, und auf dieser Insel ist alles möglich. Da kann ich weder hin, egal woher er kommt. Egal welche Hautfarbe. Egal welche Sprache sie sprechen. Egal aus welchem Land. Keine Vertreibung. Und endlich, ein kleines Bisschen. Alle werden hier ankommen. Guck mal, meine Mama ist Aschenberg. Wie die Sonne scheint. Ich bin müde. Ich bin mehr an die zu einstrahlen. Ich bin mehr an den Haaren. Und ich bin mehr an der Jetzt. Vielen Dank. Applaus Applaus Und danke an die Techniker! Applaus Noch eine ganz kurze Ansage. Das Stück ist aus einer Gruppe von ganz verschiedenen Leuten gemacht, nicht vom John Lennon-Gymnasium. Wir würden es gerne auch an anderen Schulen spielen. Und wenn es da irgendjemanden gibt, der einen Kontakt hat zu einer Schule, wo man spielen könnte, dann kommt vielleicht einfach auf einen von uns zu und sagt uns Bescheid. Oder auch jede andere Bühne. Applaus 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 Applaus